Musik Ich hab auch nichts dagegen, dass wir uns küssen. Stopp, jetzt rechts aber Stopp, Schluss jetzt Sonst gibt's das in die Schnauze Hör auf mit dem Geschamil Komm runter, Fernsehen Aber Papa, ich versteh doch überhaupt nicht, was die im Fernsehen sagen Ich hab dazu überhaupt gar keinen Zugang Dann bist du entweder taub auf beiden Ohren oder zu blöd Okay Eat this Super Nein, RTL ist nicht scheiße Es ist meine Schuld Und ich kann es für dich ändern Bin zu dem ich für den Sender Wer ist intellektuell und ich bin Ich bin zu dumm für RTL 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 Von Mario Bart In den Bachelor-Nach zu kapieren Muss man auf Master studieren Schluss mit diesem Selbstbetrug Für RTL bin ich schlau genug Ja, was wird es sein? Mein Hirn ist viel zu klein Ich bin im Kopf nicht so schnell Ich bin, ich bin, ich bin Ich bin zu dumm für RTL 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 Frank Nudo, ich versteh ich nicht Bauer, du Frau ist mir zu schlau Werden Millionär ist mir viel zu schwer Ich bin zu dumm für RTL Supertalent, zu Intrigal Schwiegler, dein Herz und bist mir viel zu hoch Ich bin zu dumm für RTL Ich bin zu dumm für RTL Ich bin zu dumm für RTL Viel zu hoch für mich Intellektuell, ZDF Böhmermann, Digga Das ist meine Welt Sorry Dieter, mir fehlen die Worte Du kannst auf jeden Fall mehr als zwei Akkorde Mein IQ reicht für Lieder Wie Hammer A-A-Doppel-M-R Ich bin zu dumm für RTL Ich bin zu dumm für RTL Ich bin zu dumm für RTL Aber diese Worte Ich bin zu dumm für RTL Und ich bin zu dumm für RTL Ich bin zu dumm für RTL Ich bin zu dumm für RTL Es ist auch einfach Neomagazin Folge 19 Schlau genug fürs Hauptprogramm Heute zu Gast Bastian Pastepka Und hier ist der PR-Berater von Xavier Naidoo, Jan Böhmermann Hallo, vielen Dank, willkommen zurück zum Neomagazin nach der langen, langen Sommerpause Ein Hauptprogrammsapplaus, vielen Dank, Dankeschön Ganz Deutschland streikt aber unser Publikum nicht William Cohn Oder ist es René Wellweger, man weiß es nicht Vielen Dank, sehr freundlich, willkommen zurück zum Neomagazin Ach ist das schön, ist okay, das ist ja ekelhaft, sorry Ist okay Er hat auch, so gut ist er auch nicht Ist okay Okay, langsam kippt, es kippt langsam Ich, I get the irony, I get it Okay, stop it, it's okay Ja, alles klar, danke, ciao Willkommen beim Neomagazin, Hashtag der Woche Fun4Jan, Hashtag der Woche Fun4Jan Warum, das erklären wir vielleicht später Aber wir fangen mit was überhaupt, überhaupt nicht spaßigem an Es gibt eine Meldung diese Woche, die mir sehr ans Herz gegangen ist Aber nicht nur mir, sondern auch dem kleinen Lukas Denn immer wenn der kleine, herzkranke Lukas Helene Fischers Song Atemlos hört Mussten wir diese Woche lesen, wird er ganz ruhig und lässt sich problemlos untersuchen Mir steigen die Tränen in die Augen Der medizinische Fachausdruck dafür heißt glaube ich Schockstarre Dem kleinen Lukas geht es inzwischen viel besser Leider sind vier Senioren aus dem Nachbarzimmer beim Disco Fox zusammengebrochen Atemlos durch die Nacht Und die Behandlung des kleinen Lukas musste dann leider vorzeitig abgebrochen werden Obwohl er auf dem Weg der Besserung war Weil sich die Krankenkasse nicht mit der GEMA einigen konnte Die GEMA wollte neun Cent veratemlos Die Krankenkasse hat aber nur sieben gegeben Und hat die GEMA gesagt, nee, sorry, wir lassen nicht alles mit uns machen Der kleine Lukas muss leider sterben Ist schon mal einfach so So sind sie Ja, die GEMA Ähm, ja Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von diesem eher heiteren Thema Zu dem nun folgenden sehr traurigen Thema kommen soll Ich probier's mal mit dem Kamerawechsel Funktioniert It always works, it always works Ebola Fun Ebola Fun Ebola Mesut Özil und Mandy haben sich getrennt Diese Woche Schockmeldung auf der Facebook-Seite von Christian Lell gefunden Für Mesut Özil gleicht es sich also in diesem Jahr aus Einen Wanderpokal gewonnen und einen Wanderpokal verloren Oh, ich freu mich wahnsinnig auf die nächste Staffel von Let's Dance mit Daniel Hartwig und Silvi Özil Aber für Mesut Özil ist die Trennung ja halb so schlimm Für Mesut ist die Trennung halb so schlimm, aber Mandy muss jetzt halt leider zu K1 zurück, das ist bedauerlich Obwohl K1 freut sich, denn bei Mandy ist er sich sicher, dass sie keinen Penis hat Also Oder ist ein Camelton Penis Ein kleiner Penis vielleicht I don't know So Au, mir ist der Hoden rausgefallen Scheiße Stopp Die Welt hat sich zusammengeschlossen Jetzt kommt wirklich ein ernstes Thema Die Welt hat sich zusammengeschlossen gegen ISIS Na, da hab ich mir gedacht Was mir, ähm, was mir besonders große Sorgen macht, ähm, ist, äh, es gibt offenbar sogar eine unheilvolle Verbindung Zwischen Hip-Hop und ISIS, wusstest du das? Hip-Hop und ISIS ist, äh, ja Also Deso-Doc zum Beispiel oder Jihadi John, alles früher Rapper gewesen Dann, dann lief's mit den Platten nicht mehr so gut Dann haben sie sich gefragt, was kann ich sonst noch? Oh ja, Gewalt Dann, dann geh ich doch einfach zu ISIS Viele, viele Experten befürchten, ja, Hip-Hop treibt junge, verwirrte Menschen in die Arme von ISIS, ISIS Das gefällt euch, ne? Bist du in Deutschland ein Verlierer, frustrierter Hartz-Vierer, dann nimm dir deine Perso und flieg auf deinem Perser zu ISIS, ISIS Ist nicht schlecht Deine Meid Bist du eindimensional, religiös, radikal, sind dir Menschen egal, na dann nichts wie auf zu ISIS, ISIS Tschicka, 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 tschicka Jetzt was, vielleicht mit so einer, mit so einer popkulturellen Referenz Ist dir das Bär kein zu lame, sehnst du dich nach Fame, dann kenn dir deinen Bart und auf ins Kalifat zu ISIS, ISIS Nicht schlecht Boom, shake, shake, shake the room Würdest du für 72 Jungfrauen unschuldige umhauen, dann werd konvertiert und mach einfach mit bei ISIS, ISIS Mörderer! Say what! Pass auf! Jetzt kommt der... Jetzt kommt der moralische Teil. Und schießt dich dann ein Apache. Am ersten Tag zum Matchi kriegst du eine Hellfire mitten in die Eier. Dank... Halt blöd, wenn du explodierst und erst dann kapierst, dass selbst der tollste G-Hat im Kern leider relativ fies ist. Hoffentlich bist du denn wenigstens auch ein Sunnit. Alles andere ist nämlich echt egal. Tschakka, 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 boom! Say what! Vielen Dank! Not bad! Übrigens, heute zu Gast im MEO Magazin. Bastian, Pavelka, boom, tschak, tschakka. Bastian, Pavelka... Das ist ein aktuelles Hörspiel, reden wir gleich noch drüber. Aber eine Sache hat die Internetwelt und überhaupt die gesamte Nachrichtenwelt noch viel mehr erschüttert als ISIS. Nämlich, ähm, habt ihr vielleicht mitbekommen, das hier. In der vergangenen Woche erschütterte eine Meldung das sonst so unaufgeregte Internet in seinen Grundfesten. Jan Böhmermann hat seine private Handynummer im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. Ist der 33-jährige Nachwuchsmoderator zu blöd, das Internet zu bedienen? Oder steckt vielleicht doch ein perfider Plan dahinter? Sehen Sie bei uns, exklusiv, die 863 WhatsApp-Nachrichten, 40 Gruppenchats, 1430 Voicemails, eine MMS, ein FaceTime-Call von Jans Mutter und 200 iMessages. Und was hat es mit diesem aufwendig und liebevoll mit Cliparts geschmückten Flugblatt auf sich, das an Universitäten und anderen öffentlichen Plätzen aufgetaucht ist? Ein Fake? Oder ein hoffnungsloser Hilferuf des jungen Moderators? Nächste Woche in ZDF Neo. Deine Mike! Hey Studio-Publikum, hey Internet-Navi! Ich muss mich entschuldigen, sechs Monate lang waren wir jetzt nicht da, für viele Menschen ist eine Welt zusammengebrochen, denn das hier, das Neo Magazin, ist die Sendung, wo wir Sie, liebe Zuschauer, im zweiten deutschen Internet, aber auch im zweiten deutschen Fernsehen oder im zweiten deutschen Fernsehen Neo über die aktuellen Geschehnisse im Internet auf dem Laufenden halten. Da haben Sie jetzt ein halbes Jahr nichts mitbekommen, wir bringen Sie auf den neuesten Stand, das ist die Drehscheibe Internet. Das ASCII-Zeichen der Woche, die Raute. Die IP-Adresse des Monats, 127.0.0.1. Und kommen wir nun zum Tinder-Match der Woche. Awww, Johanna und Florian. Ihr müsst jetzt in der verbleibenden Restsendezeit miteinander schlafen. Oder wenigstens einen Moment zusammen machen. Das ist ein Match. It's a Match! Oh my God! Ihr kriegt zur Belohnung, warum denn nicht? Jeder von euch bekommt einen Tag die Rundfunkgebühren erlassen. Gutschein könnt ihr einlösen bei der GZ. Julia, wenn du vielleicht ganz kurz so lieb wärst, dass eben den beiden Fickmäuschen. Kommen wir nun zur Top 5 Google-Liste. In dieser Woche kümmern wir uns um die Top 5 Google-Suchbegriffe von K1. Auf Platz 5 der Top 5 Google-Suchbegriffe von K1 ist Mandy, Handynummer schnell. Es gefällt mir sehr gut, dass K1 vor Google sitzt und nochmal Mandy, Handynummer schnell ein Tipp. Google, weil ich will der Erste sein. Viertens. Der Top 5 Suchbegriffe von K1 diese Woche. Reime finden, schwer warum. Say what? Platz 3, Analsex-Fremdgehen. Platz 2, Dr. Dre, Praxis-Öffnungszeiten. Und auf Platz 1 der Top 5 Google-Suchbegriffe von K1 in dieser Woche, iPhone 6 Mikrowelle-Garantie. Das war die Drehscheibe Internet. Bastian Pastewka, keiner hat so viele Comedy-Preise gewonnen mit Ausnahme von Anke Engelke. Das ist sein neustes Projekt. Bastian Pastewka und Komplizen in Paul Temple und der Fall Gregory. Meine Damen und Herren, schlagen Sie den zusammen für den lustigsten Mann Deutschlands. Hier ist Bastian Pastewka. Ah, ich freue mich. Grüß dich. Grüß dich auch. Grüß dich. Servus. Bastian. Dankeschön. Ach, herrlich. Grüß dich, Bastian. Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Danke, danke, danke. Was hast du denn da Verrücktes? Bastian. Pavelka, sie ist meine Junge. Das ist so ne Stimmungsmaschine, weil wir haben in der Evaluation, in der letzten Jahr, in den letzten sechs Monaten rausbekommen, dass die Stimmung manchmal so ein bisschen abflaut und so kleine Samples kommen immer gut an. Ja, mach doch noch mal was. Drück doch noch mal drauf. Ist da noch eine Überraschung dabei, ist auch von selber jetzt ausgegangen. Okay, gut. Bastian Mensch, du siehst fantastisch aus. Wie geht's dir? Das stimmt. Das geht mir sehr gut. Ich hatte einen tollen Sommer. Ist das deine erste Sendung nach der Sommerpause? Ja, tatsächlich. Merkt man das? Ja. Man merkt's überhaupt nicht. Ich bin zu dumm für RTL. Kann man das schon hier downloaden? Gibt's das schon? Ist das schon? Das ist jetzt bei iTunes... Ne, weiß nicht, wir dürfen glaube ich gar nicht iTunes. Ist es bei iTunes? William. Ne, es ist im Internet. Ist jetzt im Internet. Wenn Sie diese Sendung sehen, ist das Video vom Anfang bereits jetzt im Internet. Fantastisch. Ja, ach, vielen Dank. Man merkt so ein bisschen, dass wir noch bei ZDF Neo sind, weil ich hier selbst die Getränke reichen muss. Nächstes Jahr sind wir ja im Hauptprogramm. Dann hab ich einen Butler. Wow. Und dann wird flüssiges, pures Gold getrunken. Wahnsinn, das ist ja toll. Und dann muss ich auch den Leuten nicht mehr erklären, wer hier sitzt. Also wir haben immer so Einspieler für die Gäste, weil die Gäste, also jetzt mit Ausnahme von dir, die kennen ja die Leute, sind oft sehr unbekannt bei ZDF Neo. Also der junge Mann hier, das ist ein lustiger Vogel, werden Sie nicht kennen, ist der Bastian Pastewka. Wir haben einen kleinen Einspielfilm für Sie vorbereitet, damit Sie mal wissen, um wen Sie das hier handeln. Bitte schön. Zum ersten Mal seit einem Jahr ist diese Sendung lustig. Dank Bastian Pavelke, dem lustigsten Menschen Deutschlands, neben Klaus Kleber. Der am 4. April 1972 in Bochum bereits komplett kindlos geborene Schauspieler, Komiker und Synchronsprecher Sebastian KBWK wuchs in der Westerwelle Stadt Bonn als Einzelkind seiner vermutlich heterosexuellen Eltern auf. Nach dem Abi folgte der Zivi und Studi, Fächer, Pedi, Germi und Sozi. Natürlich abgebrochen. Denn der Bundesnerdschaftsminister und Serienliebhaber hat sich durch seine Rollen in der Wochenschau aus der Kreisliga B in die Champions League des deutschen Humorgeschäfts hochgespielt. Der Wichser war in den Kinos auch äußerst erfolgreich. Der Volksschauspieler Horst Jansson widmete dem einer repräsentativen Forsa-Umfrage nach am wenigsten unbeliebten Komiker Deutschlands seine Serie Der Bastian. Seine Comedypreise bewohnen inzwischen eine eigene 500 Quadratmeter Finca in Port de Pojenka. Wenn Sebastian Pastewka noch einen Comedypreis gewinnt, hat er den Comedypreis durchgespielt. Dankeschön. Ja, ja. Natürlich, das stimmt alles, was wir da gehört und gesehen haben. So. Ja. Grüße, Grüße. Aber es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass es aufhört bei den Comedypreisen? Nein, es ist nicht möglich, weil ich bin gar nicht nominiert dieses Jahr für den Comedypreis aus Sicherheitsgründen. Ich war, ich bin, ich muss ja. Wie verhält man sich denn eigentlich? Du bist ja so ein alter Show. Wenn man für einen Comedypreis nominiert ist, sollte man hingehen oder nicht? Man sollte hingehen. Ja, echt? Ja, man muss hingehen. Doch. Es ist okay. Es ist ja auch sehr, sehr lustig. Dieses Jahr macht das Carolin Käbekus. Da kann schon mal nichts schief gehen. Das stimmt, obwohl... Also ich geh hin. Du gehst hin? Ja. Aber nur wegen der Schnittchen, ne? Der zum Essen und der zum Küssen. Du bist ja auch schon mal da gewesen. Das hat dir doch auch gut gefallen. Ich hatte damals vor einem Jahr die lustige Idee, ich setze auf der ganzen Veranstaltung Zylinder auf. Ja, richtig. Damit ich mich ein Jahr später über diese ganzen beschissenen Fotos von mir ärgere. Zurecht. Da sind aber auch lustige Fotos von dir, wo du den Zylinder so aufhörst und dann die Ohren noch so leicht hast abstellen. Ja, genau. Und ich hatte hinterher zwei Wochen lang so einen Druckrand, weil es in meiner Kopfgröße keinen Zylinder gibt. Es war ein Kinderzylinder. Das tut wahnsinnig weh. Absolut richtig. Bastian, das ist dein aktuelles Projekt, ein jetzt auch noch Hörspiel. Du wirst die Welt des Hörspiels auch noch für dich einnehmen. Probieren wir es mal, ja. Was ist das? Paul Temple und der Fall Gregory ist ein verschollenes Hörspiel aus dem Jahre 1949. Die Paul-Tempel-Serie umfasst ungefähr 20 Folgen und eins ist 1949 verschütt gegangen. Und wir haben es jetzt neu wieder aufgelegt. Vier Kollegen und ich als Hörspiel. Wir machen es aber auch zeitgleich auf der Bühne. Also Mitte November sind wir genau eine Woche in NRW unterwegs und nächstes Jahr dann bundesweit. Also wir spielen gemeinsam ein altes Kriminalhörspiel, eine alte Dampfradioschnurre. Und wer möchte, darf den Täter vorher erraten. Aber ich bin sicher, er kommt nicht drauf, weil es tatsächlich spannend ist. Apropos spannend, eine Sache, die ich aus beruflichem Interesse ganz kurz nachfragen muss. Wenn ich mich recht erinnere, das zweite deutsche Fernsehen, mein geliebter Heimatsender, hat vor kurzem eine offizielle Pressemitteilung rausgehauen und gesagt, Bastian Pastewka ist der neue Star des deutschen Breaking Bads. Die neue deutsche Serie, die alle Rekorde brechen wird und die so mega... Was für ein, ich sag mal so, ist das nicht eine der beschissensten Ausgangspositionen, um überhaupt jemals Erfolg zu haben? Ja, es war zu lesen, es gab eine Umfrage in einer großen Zeitung. Wer ist der bessere Walter White? A. Walter White oder B. Bastian Pastewka? Ich habe mich sehr über die Antworten, die darunter standen, gefreut. Ja, das ist irgendwo hergekommen, ich weiß es auch nicht genau. In jedem Fall ist es natürlich so... Wie ist das denn jetzt in Deutschland? Natürlich nicht, wir haben es gedreht, es ist nicht das deutsche Breaking Bad, es ist nicht das deutsche Sex in the City, es ist nicht das deutsche Wetten das geworden, es ist eine ganz normale, vernünftige, schöne, spannende Serie geworden. Und sie hat tatsächlich nichts mit Breaking Bad zu tun. Und worum geht es in der Serie? Es geht um einen, ja, man muss sagen, es geht um einen Fernsehredakteur, der sich vor neue Herausforderungen stellen muss, sich die Haare abrasiert und dann feststellt, er muss das deutsche Fernsehen von innen umkrempeln und alles anders machen. Das klingt ehrlich gesagt so ein bisschen wie so eine sehr langweilige Version, langweilige öffentlich-rechtliche Version von Breaking Bad. Aber es hat nichts, es hat tatsächlich nichts mit Breaking Bad zu tun, wirklich gar nichts. Auch nicht optisch, nicht in der Art der Spielweise, nichts. Hast du einen Ausschnitt? Wir haben einen Ausschnitt schon da, ja? Ja, dann, äh, das ist die neue Serie, die von Bastian Pastewka, die das, aber nicht, ja, ja, bitte. Bitch, Kerner wird langsam ungeduldig. Wir brauchen dringend die Liste für Deutschlands 100 beste Dinge der Welt, Bitch. Ja, nur keine Eile. Das will alles sorgfältig überlegt sein, die Qualität soll ja stimmen. Da kann man nicht einfach auf irgendwelche Massendaten von ominösen Meinungsforschungsinstituten vertrauen. So, auf Platz 5 schreiben wir mal Penicillin. Oder besser noch Helene Fischer. Die ist beliebter. Helene Fischer auf Platz 5. Aber beim Online-Voting war doch die Ossi auf Platz 5, Bitch. Na, ist doch scheißegal, es haben doch eh nur 8 Leute abgestimmt und 7 davon haben eine ZDF-IP-Adresse. Dann haben sämtliche an das Internet angeschlossene Mitarbeiter des ZDF abgestimmt, Bitch. So, auf Platz 4 machen wir mal böse Makrabben, auf Platz 3 Klaus Kleber, weil er neulich einen aktuellen Amazon-Link zur neuen Pastewka-DVD-Box getwittert hat. Diese hier? Genau. Bitch. Auf Platz 2 das Schloss Neuschwanstein und auf Platz 1 machen wir mal... Helmut Bitch, Schmidt. Helmut Schmidt, Bitch. Ja, der ist ja schon auf Platz 1. Wie immer. Na, langweilig. Das ändern wir jetzt mal. Eigenmächtig? Einfach so, Bitch? Ja. Auf Platz 1 sind jetzt... ...die Pudis. Aber für die hat doch nur einer abgestimmt, Bitch. Per Postkarte, Bitch. Poststempel Karl-Marx-Stadt 1984, Bitch. Das ist mir sowas von egal. Ich mach die Listen hier, wie ich das will. Die Pudis sind auf Platz 1. Und damit basta. Ruf Kernhahn, er soll das so moderieren. Okay, Bitch. Aber das ist doch illegal, Bitch. Ach, das machen doch alle so. Außerdem, wer soll jemals dahinter kommen? Ich will da keine Ähnlichkeit. Ich will da keine Ähnlichkeit. zu Breaking Bad. Wahnsinnig innovativ. Ganz genau. Bastian, du bist ein riesen Serien-Nerd. Du bist ein riesen Fernseh-Serien-Nerd. Das ist richtig. Magst dein Spiel mit mir spielen? Ich freu mich, Josef. Da steht keiner, aber ist egal. Sie ist mein Neo. Ja. Wir spielen ein kleines Spiel mit Bastian Pastewka. Und zwar ein Spiel, wo es ums Fernsehen geht. Und ich weiß auch noch nicht die Antworten. Wie heißt es? Ich bin zu dumm für RTL? Nein, es heißt Rewind Selector. Say what? Herzlich Willkommen zu Rewind Selector. Rewind Selector. Rewind Selector. Rewind Selector. Und hier ist ihr Gastgeber. Der chinesische Elton Erton. Danke. Hallo Erton. Danke. Hallo. Guten Tag. Erton. Also Erton? Ja, genau. Jetzt kannst du deinen Namen gar nicht richtig aussprechen. Erton. Das heißt, klingt dann ja wie Elton. Das klingt fast richtig. Chinesen ja immer die Buchstaben vertauschen. Okay, also ich erkläre kurz, wie das Spiel funktioniert. War das rassistisch? Ich ertrage das schon. Ich werde euch deutsche Fernsehsendungen rückwärts nacherzählen. Und ihr müsst erwarten, um welche Show es sich handelt. Aber ihr dürft erst drücken, wenn die Frage zu Ende gestellt ist. Okay. Achtung, hier eine Testfrage. Testflage. Ein Sternekoch treibt ein gut funktionierendes Restaurant in den Ruin und beschwert sich dann über das Essen. Das war schnell. Lacht der Alistair Long Tester. Das ist richtig. Yes. Easy. Guten Tag, mein Name ist Bastian Pastewka. Ich arbeite fürs Fernsehen. Wo kommt der Rückwärts-Effekt denn rein? Ich habe das noch nicht verstanden. Also die Fernsehsendung ist von hinten erzählt. Also ein Sternekoch kommt in ein gut laufendes Restaurant und wirtschaftet es runter. Wirtschaftet es runter. Ach so, es geht... Ah, verstehe. Also rückwärts die Fernsehsendungen werden von hinten erzählt. Ja, ja, natürlich. Läuft. Alles klar, natürlich. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Alles klar. Okay. Dann beginnen wir mal das Spiel. Ich komme zur ersten Frage. Ein schlecht gelaunter alter Mann treibt Familien, die sich finanziell auf dem Weg der Besserung... Das war zu schnell. Wenn das so schnell ist, dann bekomme ich den Punkt. Was? Was? Nein, mein Scherz. Das ist die Regel. Und geht der Punkt jetzt an ihn? Nein. Okay. Also, bitte. Raus aus den Schulden. Ähm, das ist richtig. Prima. Dankeschön. Sehr gut. Dann komme ich zur nächsten Frage. Ich dachte, da kommt ein Punkt hin. Okay. Ein Mann nimmt immer mehr Frauen Rosen weg, bis ich nacheinander in einer Limousine... Pst. Bastian. Nochmal raus aus den Schulden. Nein. Ich würde sagen, es ist der Bachelor. Das ist auch richtig. Erst drücken, wenn die Frage gestellt ist. Ja, ja. Ist blöd. Alles klar. Erst drücken, erst drücken, wenn die Frage gestellt ist. Entschuldigung, war blöd. War blöd. Gut. Dann kommt die dritte Frage. Blonde Frau bringt schlecht untertitelte Familien auseinander und feiert dann ein Scheunenfest. Bauer sucht Frau. Das ist richtig. Ja. Ich bin der Meinung, das war Spitze. Die müssen alle einfrieren. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich hätte jetzt gedacht, Verdachtsfälle oder so. ZDF. ZDF. Anwalt wieder wählen. Ich denke, sehr ZDF-ig. Würde ich nicht machen. Gefährlich. Genau. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ein Mann verschleiert dunkle Machenschaften eines Unternehmens und verkleidet sich am Ende als Günter Weilraff. Team Weilraff. Das ist richtig. Das ist ja nicht schwer. Das ist entbrochen. Es gibt keine Punkte hier. Hab ich auch schon geguckt. Drei zu zwei. Drei zu zwei. Okay, dann machen wir jetzt eine Stichfrage. Was ist das für eine? Nee. Also es kommen eigentlich noch zwei Fragen. Ich hatte den Aktenzeichen des Y-Punkt noch. Also dann stelle ich mir die Frage. Immer mehr Prominente treffen sich in der Natur. Spucken eklige Dinge aus, bevor sie hochverschuldet wieder nach Hause gehen. Dschungelcamp. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Das ist richtig. Das ist richtig. Stichfrage. Komm. Eine noch. Du hast eigentlich schon gewonnen. Nein, komm. Stichfrage. Bastian hat eigentlich schon gewonnen, steht jetzt 4 zu 2. Ich kann gar nicht mehr gewinnen. Ich kann nicht mehr gewinnen. Das ist doch meine Sendung. Warum verliere ich denn jetzt? Noch eine Stichfrage bitte. Ist noch nicht entschieden. 4 zu 2. Da kann noch was passieren. Dann machen wir noch die letzte Frage. Andersfarbiger, aber auch nicht wirklich schwarzer Tanzlehrer schreit dünne Jugendliche so lange an, bis sie fett sind. The biggest loser. Ja. Das ist richtig. Team. Was ist das denn? Team. Das ist ja so. Aber das war ein Jein, oder? Aber das war ein Jein, oder? Herzlichen Dank, Ayrton. Vielen Dank, Bastian Pastewka. Sehr gerne. Das war das Neo Magazin in der 43. Kalenderwoche. Nächste Woche dann mit dem Moderator, der sich am zweitbesten mit dem deutschen Fernsehen auskennt. hier im Katrin-Bauer-Verein. Vielen Dank, William Kohn. Nicht vergessen, Comedypreis. Vielleicht gewinnen wir. Toi, toi, toi. Bis nächste Woche. Tschüss. Ich paame mein Face. Was war das denn für ein halbstündiger Megafail? Wo ist Wayne Carpendale, wenn man ihn einmal braucht? Ach so. Wahrscheinlich in der einen von Taff. Böhmermann. Ey. Große Klappe und nix dahinter. Herr. Lass hirn vom Himmel regnen. Und so einen wie dich lassen die vom ZDF ins Hauptprogramm? Gebührenverschwendung. Irre. Total plem plem. Ich gehe jetzt zum Relaxen in meiner Garderobe und denke so lange an Lena, bis ich keinen Hunger mehr habe. So. 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 weil sich die Krankenkasse nicht mit der GEMA einigen konnte. Die GEMA wollte 9 Cent veratemlos, die Krankenkasse hat aber nur 7 gegeben. Da hat die GEMA gesagt, nee, sorry, wir lassen nicht alles mit uns machen. Der kleine Lukas muss leider sterben. Ist schon mal einfach so. So sind sie. Ja, die GEMA. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von diesem eher heiteren Thema zu dem nun folgenden, sehr traurigen Thema kommen soll. Ich probiere es mal mit dem Kamerawechsel. Funktioniert. It always works. It always works. Ebola. Fun. Ebola. Fun. Ebola. Mesut Özil und Mandy haben sich getrennt. Diese Woche Schockmeldungen auf der Facebook-Seite von Christian Lell gefunden. Für Mesut Özil gleicht es sich also in diesem Jahr aus. Einen Wanderpokal gewonnen und einen Wanderpokal verloren. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Staffel von Let's Dance mit Daniel Hartwig und Silvi Özil. Ja, ja, ja. Aber für Mesut Özil ist die Trennung ja halb so schlimm. Für Mesut ist die Trennung halb so schlimm, aber Mandy muss jetzt halt leider zu K1 zurück. Das ist bedauerlich. Obwohl K1 freut sich, denn bei Mandy ist er sich sicher, dass sie keinen Penis hat. Oder ist ein Camelton-Penis. Ein kleiner Penis vielleicht. I don't know. Au, mir ist der Hoden rausgefallen. Scheiße. Stopp. Die Welt hat sich zusammengeschlossen. Jetzt kommt wirklich ein ernstes Thema. Die Welt hat sich zusammengeschlossen gegen ISIS. Ja, da habe ich mir gedacht. Was mir besonders große Sorgen macht, ist, es gibt offenbar sogar eine unheilvolle Verbindung zwischen Hip-Hop und ISIS. Wusstest du das? Hip-Hop und ISIS ist ja, ja. Also Deso-Doc zum Beispiel oder Jihadi John, alles früher Rapper gewesen. Dann lief es mit den Platten nicht mehr so gut. Dann haben sie sich gefragt, was kann ich sonst noch? Oh ja, Gewalt. Dann, dann gehe ich doch einfach zu ISIS, ISIS Viele Experten befürchten, ja, Hip-Hop treibt junge, verwirrte Menschen in die Arme von ISIS, ISIS Das gefällt euch, ne? Bist du in Deutschland ein Verlierer, frustrierter Hartz-Vierer, dann nimm dir deine Perso und flieg auf deinem Perser zu ISIS, ISIS Das ist nicht schlecht. Deinemalt! Bist du eindimensional, religiös, radikal, sind dir Menschen egal, na dann nichts wie auf zu ISIS, ISIS Tschakka, 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 bumm Übrigens, heute zu Gast im MEO Magazin Bastian, Pavelka, bumm, tschak, tschak Bastian, Pavelka Das ist ein aktuelles Hörspiel, reden wir gleich noch drüber Aber eine Sache hat die Internetwelt und überhaupt die gesamte Nachrichtenwelt noch viel mehr erschüttert als ISIS, nämlich, habt ihr vielleicht mitbekommen, das hier In der vergangenen Woche erschütterte eine Meldung Und was hat es mit diesem aufwendig und liebevoll mit Cliparts geschmückten Flugblatt auf sich, das an Universitäten und anderen öffentlichen Plätzen aufgetaucht ist? Ein Fake Oder ein hoffnungsloser Hilferuf des Jungmoderators Nächste Woche In ZDF Neo Deine Mike Hey Studio Publikum, hey Internet Navi Ich muss mich entschuldigen, sechs Monate lang waren wir jetzt nicht da Für viele Menschen ist eine Welt zusammengebrochen, denn das hier, das Neo Magazin, ist die Sendung, wo wir Sie, liebe Zuschauer, im zweiten deutschen Internet, aber auch im zweiten deutschen Fernsehen oder im zweiten deutschen Fernsehen Neo über die aktuellen Geschehnisse im Internet auf dem Laufenden halten Da haben Sie jetzt ein halbes Jahr nichts mitbekommen, wir bringen Sie auf den neuesten Stand, das ist die Drehscheibe Internet Das ASCII-Zeichen der Woche, die Raute Die IP-Adresse des Monats, 127.0.0.1 Und kommen wir nun zum Tinder-Match der Woche Oh, Johanna und Florian Ihr müsst jetzt in der verbleibenden Restsendezeit miteinander schlafen Oder wenigstens einen Moment zusammen machen Das ist ein Match It's a Match Oh my God Ihr kriegt zur Belohnung Warum denn nicht Jeder von euch bekommt Einen Tag die Rundfunkgebühren erlassen Gutschein könnt ihr einlösen bei der GZ Julia, wenn du vielleicht ganz kurz so lieb wärst Das eben den beiden Fickmäuschen Kommen wir Ihnen umkrempeln und alles anders machen Das klingt ehrlich gesagt so ein bisschen wie so eine sehr langweilige Version Langweilige öffentlich-rechtliche Version von Breaking Bad Aber es hat nichts, es hat tatsächlich nichts mit Breaking Bad zu tun, wirklich gar nichts Auch nicht optisch, nicht in der Art der Spielweise, nichts Hast du einen Ausschnitt? Wir haben einen Ausschnitt schon da, ja? Ja dann, das ist die neue Serie, die von Bastian Pastewka, die das aber nicht, ja, ja, bitte Bitch, Kerner wird langsam ungeduldig Wir brauchen dringend die Liste für Deutschlands 100 beste Dinge der Welt, Bitch Ja, nur keine Eile Das will alles sorgfältig überlegt sein Die Qualität soll ja stimmen Da kann man nicht einfach auf irgendwelche Massendaten von ominösen Meinungsforschungsinstituten vertrauen So Auf Platz 5 schreiben wir mal Penicillin Oder besser noch Helene Fischer Die ist beliebter Helene Fischer auf Platz 5 Aber beim Online-Voting war doch die Ossi auf Platz 5, Bitch Na, ist doch scheißegal, es haben doch eh nur 8 Leute abgestimmt Und 7 davon haben eine ZDF-IP-Adresse Dann haben sämtliche an das Internet angeschlossene Mitarbeiter des ZDF abgestimmt, Bitch So, auf Platz 4 machen wir mal Böse Makrabben Auf Platz 3 Klaus Kleber Weil er neulich einen aktuellen Amazon-Link zur neuen Pastefka-DVD-Box getwittert hat Diese hier? Genau Bitch Auf Platz 2 das Schloss Neuschwanstein Und auf Platz 1 machen wir mal Helmut Bitch, Schmidt Helmut Schmidt, Bitch Ja, der ist ja schon auf Platz 1 Wie immer Na, langweilig, das ändern wir jetzt mal Eigenmächtig? Einfach so, Bitch? Ja Auf Platz 1 sind jetzt Die Pudis Aber für die hat doch nur einer abgestimmt, Bitch Per Postkarte, Bitch Poststempel Karl-Marx-Stadt 1984 Bitch Das ist mir sowas von egal Ich mach die Listen hier, wie ich das will Die Pudis sind auf Platz 1 Und damit Basta Ruf Kernhahn, er soll das so moderieren Okay, Bitch Aber das ist doch illegal, Bitch Ach, das machen doch alle so Außerdem, wer soll jemals dahinter kommen? Ich sehe da keine Ähnlichkeit Ich sehe da keine Ähnlichkeit zu Breaking Bad Wahnsinn oder was nicht? Ne, ganz genau Bastian 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 Du bist ein Riesen- Harald, Harald Lass mir dir eins sagen Bastian, du bist ein Riesen-Serien-Nerd Du bist ein Riesen-Fernseh-Serien-Nerd Das ist richtig Nach der langen, langen Sommerpause Ein Hauptprogrammsapplaus Vielen Dank, Dankeschön Ganz Deutschland streikt aber unser Publikum nicht William Cohn Welcome back Oder ist es René Wellgeger? Man weiß es nicht Vielen Dank, sehr freundlich Wir kommen zurück Zum Neo Magazin Ach, ist das schön Ist okay, das ist ja ekelhaft Sorry Ist okay Er hat auch, so gut ist er auch nicht Ist okay Okay, langsam kippt's Es kippt langsam Ich I get the irony I get it Okay, stop it It's okay Ja, alles klar Danke, ciao Willkommen beim Neo Magazin Hashtag der Woche Fun4jan Hashtag der Woche Fun4jan Warum, das erklären wir vielleicht später Aber wir fangen mit was Überhaupt, überhaupt nicht Spaßigem an Es gibt eine Meldung diese Woche Die mir sehr ans Herz gegangen ist Aber nicht nur mir Sondern auch dem kleinen Lukas Denn immer wenn der kleine Herzkranke Lukas Helene Fischers Song Atemlos hört Mussten wir diese Woche lesen Wird er ganz ruhig Und lässt sich problemlos untersuchen Mir steigen die Tränen in die Augen Der medizinische Fachausdruck dafür Heißt glaube ich Schockstarre Dem kleinen Lukas geht es inzwischen viel besser Leider sind vier Senioren aus dem Nachbarzimmer Beim Disco Fox zusammengebrochen Atemlos durch die Nacht Und die Behandlung des kleinen Lukas Musste dann leider vorzeitig abgebrochen werden Obwohl er auf dem Weg der Besserung war Weil sich die Krankenkasse nicht mit der GEMA einigen konnte Die GEMA wollte neun Cent veratemlos Die Krankenkasse hat aber nur sieben gegeben Da hat die GEMA gesagt Nee, sorry, wir lassen nicht alles mit uns machen Der kleine Lukas muss leider sterben Ist schon mal einfach so So sind sie Ja, die GEMA Ähm, ja Ich weiß gar nicht Wie ich jetzt von diesem eher heiteren Thema Zu dem nun folgenden sehr traurigen Thema kommen soll Ich probier's mal mit dem Kamerawechsel Funktioniert It always works It always works Ebola Fun Ebola Fun Ebola Mesut Özil und Mandy haben sich getrennt Diese Woche Schockmeldung Auf der Facebookseite von Christian Lell gefunden Für Mesut Özil gleicht es sich also in diesem Jahr aus Einen Wanderpokal gewonnen Und einen Wanderpokal verloren Ich freu mich wahnsinnig auf die nächste Staffel von Let's Dance Mit Daniel Hartwig und Silvi Özil Aber für Mesut Özil ist die Trennung ja halb so schlimm Für Mesut ist die Trennung halb so schlimm Aber Mandy muss jetzt leider zu K1 zurück Das ist bedauerlich Alles klar, natürlich, ganz einfach Ganz einfach Ganz einfach Alles klar Okay Dann beginnen wir mal das Spiel Ich komme zur ersten Frage Ein schlecht gelaunter alter Mann treibt Familien, die sich finanziell auf dem Weg der Besserung Das war zu schnell Wenn das zu schnell ist, dann bekomme ich den Punkt Also Was? Was? Nein, was? Scherz Das ist für die Regel Wo geht der Punkt jetzt an ihn? Nein Okay Also Bitte Raus aus den Schulden Ähm Das ist richtig Dankeschön Sehr gut Dann komme ich zur nächsten Frage Ich dachte, da kommt ein Punkt hin Ein Mann nimmt immer mehr Frauen Rosen weg, bis ich nacheinander in einer Limousine wegkomme Bastian Nochmal raus aus den Schulden Nein, ich würde sagen, es ist der Bachelor Das ist auch richtig Erst drücken, wenn die Frage gestellt ist Erst drücken, erst drücken, wenn die Frage gestellt ist Entschuldigung, war blöd Dann kommt die dritte Frage Blonde Frau bringt schlecht untertitelte Familien auseinander und feiert dann ein Scheunenfest Bauer sucht Frau Das ist richtig Ich bin der Meinung, das war spitze So, dann kommen wir gleich wieder zur nächsten Frage Untalentierte Laiendarsteller spielen einen frei erfundenen Kriminalfall nach, der nach der Sendung tatsächlich so passiert Aktenzeichen xy, ungelöst Das ist richtig Ich hätte jetzt gedacht, Verdachtsfälle oder so ZDF, ZDF Anwalt wieder wem Ich denke, sehr ZDFig Würde ich nicht machen Jetzt wird es ein bisschen schwieriger Ein Mann verschleierte dunkle Machenschaften eines Unternehmens und verkleidet sich am Ende als Günter Wallraff Team Wallraff Das ist richtig Das ist ja nicht schwer Es gibt keine Punkte hier, habe ich auch schon geguckt Drei zu zwei Drei zu zwei Okay, dann machen wir jetzt eine Stichfrage Was ist das für eine Nee Also es kommen eigentlich noch zwei Fragen Ich hatte den Aktenzeichen xy, dann stelle ich mir die Frage Immer mehr Prominente treffen sich in der Natur Spucken eklige Dinge aus, bevor sie hochverschuldet wie deine Hausauf Dschungelcamp, ich bin ein Star, holt mich hier raus Das ist richtig Das ist richtig Stichfrage, komm, eine noch Du hast eigentlich schon gewonnen Nein, komm, Stichfrage Bastian hat eigentlich schon gewonnen, steht jetzt 4 zu 2, ich kann gar nicht mehr gewinnen Ich will noch, treibt ein gut funktionierendes Restaurant in den Ruin und beschwert sich dann über das Essen Das war schnell Lach, der Lest-Solong-Tester Das ist richtig Yes Easy Guten Tag, mein Name ist Bastian Pastewka, ich arbeite fürs Fernsehen Wo kommt der Rückwärts-Effekt denn rein? Ich habe das noch nicht verstanden Also die Fernsehsendung ist von hinten erzählt Also ein Sternekoch kommt in ein gut laufendes Restaurant und wirtschaftet es runter Wirtschaftet es runter Achso, es geht, ah, verstehe Also rückwärts, die Fernsehsendung wird von hinten erzählt Ja, ja, natürlich, läuft, alles klar, natürlich, ganz einfach, ganz einfach Ganz einfach Okay, läuft Alles klar Okay, dann beginnen wir mal das Spielen Ich komme zur ersten Frage Ein schlecht gelaunter alter Mann treibt Familien, die sich finanziell auf dem Weg der Besserung Das war zu schnell Wenn das zu schnell ist, dann bekomme ich den Punkt Was? Nein, nein, scherz Das ist eine Regel Okay, der Punkt ist an ihn Nein, okay Also, bitte Raus aus den Schulden Das ist richtig Sehr gut, dann komme ich zur nächsten Frage Ich dachte, da kommt ein Punkt hin Ein Mann nimmt immer mehr Frauen Rosen weg, bis ich nacheinander in einer Limousine wegkomme Nochmal raus aus den Schulden Nein, ich würde sagen, das ist der Bachelor Das ist auch richtig Erst drücken, wenn die Frage gestellt ist Erst drücken, erst drücken, erst drücken, wenn die Frage gestellt ist, Entschuldigung, war blöd Dann kommt die dritte Frage Blonde Frau bringt schlecht untertitelte Familien auseinander und feiert dann ein Scheunenfest Bauer sucht Frau Das ist richtig Ich bin der Meinung, das war spitze So, dann kommen wir gleich wieder zur nächsten Frage Untalentierte Laiendarsteller spielen einen frei erfundenen Kriminalfall nach, der nach der Sendung tatsächlich so passiert Aktenzeichen XY, ungelöst Das ist richtig Ich hätte jetzt gedacht, Verdachtsfälle oder so ZDF, ZDF Anwalt wieder wem Ich denke, sehr ZDF-ig Würde ich nicht machen Das ist gefährlich Jetzt wird es ein bisschen schwieriger Ein Mann verschleiert dunkle Machenschaften eines Unternehmens und verkleidet sich am Ende als Günter Wallraff Team Wallraff Das ist richtig Das ist also nicht schwer Das ist entbrochen Wieso steht es denn jetzt? Wieso steht es denn? Es geht Per Postkarte Bitch Poststempel Karl Markstadt 1984 Bitch Das ist mir sowas von egal Ich mach die Listen hier, wie ich das will Die Pudis sind auf Platz 1 Und damit basta Ruf Kernhahn, er soll das so moderieren Okay Bitch Aber das ist doch illegal, Bitch Ach, das machen doch alle so Außerdem, wer soll jemals dahinter kommen? Ich sehe da keine Ähnlichkeit Ich sehe da keine Ähnlichkeit zu Breaking Bad Wahnsinnig innovativ Ganz genau Bastian Du bist ein Riesen- Harald Harald Lass mir dir eins sagen Bastian Du bist ein Riesen-Serien-Nerd Du bist ein Riesen-Fernseh-Serien-Nerd Das ist richtig Magst dein Spiel mit mir spielen? Ich freue mich, Josef Da steht keiner, aber ist egal Sie ist mein Neo Ja Wir spielen ein kleines Spiel mit Bastian Pastewka Und zwar ein Spiel, wo es ums Fernsehen geht Und ich weiß auch noch nicht die Antworten Wie heißt es? Ich bin zu dumm für RTL? Nein, es heißt Rewind Selector Say what? Herzlich willkommen zu Rewind Selector Und hier ist ihr Gastgeber Der chinesische Elton Erton Danke Hallo Erton Also Erton Ja, genau Dann kannst du deinen Namen gar nicht richtig aussprechen Erton Das heißt, klingt dann ja wie Elton Dann klingt das fast richtig Die Chinesen ja immer die Buchstaben vertauschen Okay, also ich erkläre kurz, wie das Spiel funktioniert War das rassistisch? Ich ertrage das schon Ich werde euch deutsche Fernsehsendungen rückwärts nacherzählen Und ihr müsst erraten, um welche Show es sich handelt Aber ihr dürft erst drücken, wenn die Frage zu Ende gestellt ist Okay Achtung, hier eine Testfrage Testflage Ein Sternekoch treibt ein gut funktionierendes Restaurant in den Ruin Und beschwert sich dann über das Essen Das war schnell Lachter, er lässt so lange testen Das ist richtig Yes Easy Guten Tag, mein Name ist Bastian Pastewka Ich arbeite fürs Fernsehen Wo kommt der Rückwärts-Effekt denn rein? Ich habe das noch nicht verstanden Also die Fernsehsendung ist von hinten erzählt Also ein Sternekoch